Marius Zausch, der hat sogar schon mal gegen den Basti Steger gewonnen, ja, da war der Steger vielleicht bei deutschen Meisterschaften, hat dann glaube ich sogar freiwillig aufgegeben, wie auch immer. Zausch aber, deutscher Jugendmeister mit, keinem gewinneren als Kili am Ort, dem Bundesligaspieler im erweiterten deutschen Nationalkader beim TSV Königshofen. Und wenn das Stichwort TSV Königshofen fällt, dann sind wir gleich bei Herrn Itzagaki, denn der Papa ist der Bundesligatrainer in Königshofen. Der hat eine unglaublich talentierte Taktung, die ist in Deutschland Nummer 1 in ihrer Altersklasse, nicht zu schlagen. Ko-ha-ru, ich muss da aufpassen, die Pokale schmeiße ich immer durcheinander. Ko-ha-ru, Itzagaki, und er ist ja auch richtig gut, war auch schon beide schon Jugendmeister, da waren die Top-Tracks aus Hofburgstern nicht dabei, aber Dördstein, hat er da sehr gute Leistungen gezeigt. Ist jetzt, ich denke, die zweite Saison hier in Nefelsdrich, hat, meiner sagt, das durchaus einen Sprung nach oben gemacht. Momentan könnte es wieder ein bisschen stagnieren, versucht sich jetzt auch mit Challenger zu trainieren, aber ein bisschen fehlt es da eventuell doch noch an der Erfahrung, seinen jugendlichen Alter geschuldet. Und Marius Zaus dagegen, das ist ja der Spieler, der hier aus der Gegend kommt, das Eigengewächs, um das herum, mein Jürgen Winninger, dieses Team aufgebaut hat, mitsamt seinen Helfern, Helfershelfern. Und dann, der hat die ganzen Aufstiege mitgemacht, am Anfang an der Seite des ehemaligen bayerischen Jugendmeisters Alexander Lattese. Der ist dann ausgestiegen, als es in die dritte Bundesliga ging, ab und zu hat er noch Doppel gespielt, mit Sarsch. Also, der Golden Oli, und das ist nicht despektierlich gemeint, gibt sich hier nur den Youngster warm zu machen im Spiel. Zabrote 2, die Reservenwirtschaft des Bundesliges gegen Feltrich. Natürlich ein Spiel, das nicht zu gewinnen ist. Dazu sind die Gäste einfach zu stark besetzt und in TDR werden mit einem amtierenden deutschen, nein, nicht amtierend, aber einem ehemaligen deutschen Hormeister. Mit einem Jugend-Europameister, der hier tatsächlich im hinteren Parkkreuz aufschlägt, mit, was ich gehört habe, über 3000 TDR-Punkten. Also, das sind schon Welpen. Und da hat man sich gesagt, da lässt man mal ihn hier pausieren, die Nummer 1, der ist natürlich hier aus Japan. Der hat nur Doppel gespielt. Und gibt mal den Youngstern das grandiose Erlebnis, auch mal gegen Cracks zu spielen, wie man sonst nur aus dem Fernsehen kennt. Und kommt in den nächsten beiden Einfluss an. Andes 1, die Tadito Vintagaki gegen Matthias Hüter und an des 2, Aris Saus gegen Meloat Yonescu. So weit also das hintere Parkkreuz. Alle Videos dazu, auch als Stativaufnahmen, also komplette Spiele, immer unterteilt in Sätze. Vorausgesetzt, ich komme rechtzeitig an die Kamera, um den Cut zu machen. Und bei Zuhause schneiden, ihr wisst das, das ist nicht meine Welt. Dazu hätte ich auch nie die Zeit, da bräuchte ich drei Minuten. Also, teilweise gestern Zoom-Aufnahmen, Winsbach gegen Saarbrücken 2. Die sind absolut sehenswert, weil es da wirklich eng zu ging. Die Winsbacher haben die Sensation geschafft, und es ist wirklich eine Sensation, gegen Saarbrücken mit 5 zu 4 Führung zu gehen, mit 4 zu 1 Führung zu gehen. Im vorderen Parkkreuz, glaube ich, drei Spiele zu gewinnen. Aber wenn ihr da die kompletten Spiele sehen wollt, dann empfehle ich euch unbedingt den Kollegen Thorsten Hochkopf, der war nämlich da mit einem technischen Equipment, von dem ich nur träumen kann. Und da gibt es alle Spiele, auch zu Winsbach gegen Saarbrücken 2. Von mir nur ein paar Zoom-Aufnahmen, so als, ich nenne es immer, Momentaufnahmen, mit so einfangende Atmosphäre, die war gestern gigantisch. Das Publikum von Winsbach hat mal kurzfristig für dieses Spiel den besten Publikum, wie es immer heißt, der 2. Bundesliga, nämlich den Hildholz-Sternen. Konkurrenz gemacht, mein ehemaliger Doppelpartner, er braucht da in der Umba Marum. Wenn ihr eine neue Küche braucht, Siegmannstraße in Nürnberg, er hat das Küchenkompetenzzentrum. Und das ist nicht nur große Angabe, das ist wirklich die Nummer 1 Adresse in Sachen Küchenazube. Und da er momentan mein Taxifahrer ist, darf ich schon ein bisschen Werbung gucken. Wie gesagt, die Videos von gestern auf This is Table Tennis Germany, der wird gerade im Moment wieder im Einsatz sein, in Neckarsolen, bei Florian Blum, denn da spielen die Winsbacher heute. Ebenfalls für die Liga. Und jetzt hier mal sehen, wie sich Nagito Itagaki schlägt gegen einen der besten deutschen Hauptspieler der letzten Jahre, Matthias Hüttlern. Nächstes Video.